hohoho was geht ab youtube mein name ist joshi und ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal in diesem video ihr seht es schon geht es nicht einmal darum ich möchte euch sagen dass das weihnachtsupdate draußen ist also es gibt wieder die weihnachtsmann kostüme und die ganzen weihnachtsmasken etc außerdem bin ich an dem glitsch dran wie ihr euch ganz easy die IAA badges rausglitschen könnt ohne jetzt die weihnachtsmasken zu freezen oder so ich arbeite da auf jeden fall an was und wenn ihr das nicht verpassen wollt bleibt auf jeden fall aktiv auf meinem kanal jetzt in diesem video geht es sich auf jeden fall erstmal darum wie ihr die bunten duffelback taschen aus den neuen überfällen bekommt es gibt nämlich jetzt drei neue duffelback taschen und zwar ist das einmal die rote einmal die blaue und einmal die gelbe ich weiß nicht ob sogar eine weiße gibt ich bin mir unsicher ich habe da irgendwas gehört aber ich bin mir nicht sicher auf jeden fall gibt es jetzt diese drei farben und an die kommt ihr relativ einfach ihr müsst halt auf jeden fall eine spielhalle haben und wenn ihr dann in eurer spielhalle seid müsst ihr auf jeden fall hier runter einmal in den planungsraum so hier runter hier ist der planungsbildschirm jetzt registriert ihr euch einfach nur als CEO oder als MC das ist vollkommen egal geht dann einfach hier an die tafel dran ihr müsst auf jeden fall hier diese ganzen vorbereitungen machen also den Tresorinhalt den müsst ihr auf jeden fall ausspähen und das casino ausspähen und ja wenn ihr das alles dann haben solltet werdet ihr gefragt welche herangehensweise ihr nehmen wollt und da müsst ihr auf jeden fall auf diesen schwindel gehen also das in der mitte und wenn ihr das dann haben solltet gelangt ihr auch schon zum nächsten bildschirm so seid ihr jetzt hier angekommen müsst ihr euch hier einen schützen aussuchen und jemanden der die autos bringt und ein hacker und wenn ihr das alles haben solltet gibt es hier rechts drei missionen hier ist die erste ich weiß nicht ob ich das sehen kann hier das ist die erste rechts daneben ist die zweite und da drunter noch ist die dritte hier links bei der bei der ersten wo ich jetzt gerade gemeinte da bekommt ihr auf jeden fall die rote Duffelbacktasche hier rechts daneben gibt es die gelbe Duffelbacktasche und hier unten gibt es die blaue in meinem fall möchte ich das mit der blauen Duffelbacktasche machen weil ich ein Outfit habe wo ich gerne die blaue Duffelbacktasche drauf haben würde deswegen mache ich es auf jeden fall damit der Glitch ist aber jedes mal derselbe also ihr müsst wirklich jedes mal eigentlich dasselbe machen ihr müsst diese diese taschen halt holen und die wieder zu eurer spielhalle zurückbringen und der Glitch ist aber jedes mal derselbe ihr müsst dann immer mit einem Fallschirm darin landen aber das erkläre ich euch jetzt gleich doch jetzt gleich doch im laufe des videos also wie gesagt ich mache das jetzt hier mit der blauen Duffelback das ist dann halt dieser job hier nicht verwechseln es gibt noch einen mit den feuerwehrleuten den brauchen wir nicht wir brauchen diesen hier und diese mission startet ihr ganz einfach so ganz wichtig ist jetzt noch dass wenn ihr draußen seid ihr euch auf jeden fall das Outfit anzieht wo nachher die Duffelbacktasche drauf soll also bei mir ist es jetzt dieses Outfit hier genau letzter sagt uns jetzt wir sollen hier zu der polizei zu dem polizeirevier fliegen dort haben wir auf jeden fall zwei taschen die erste tasche die sammelt ihr jetzt einfach ganz normal ein und bringt die wieder zurück zur spielhalle dann fliegt ihr noch mal zum polizeirevier holt dann noch mal die andere raus und fliegt dann wieder zurück ich würde euch empfehlen das ganze mit dem oppressor bike zu machen ich hatte das ganze jetzt auch mal eben schnell und wir hören uns gleich in dem moment wo ich die zweite tasche dann hole also bis gleich freunde so habt ihr dann ist schon die erste tasche weggebracht und hab dann jetzt die zweite auf dem rücken dürft ihr jetzt nicht einfach hinnehmen wie gerade eben und einfach reinlaufen in den gelben kreis sondern ihr müsst jetzt mit dem fallschirm reinspringen also am besten nehmt ihr einfach wenn ihr keinen oppressor bike haben solltet irgendeinen helikopter oder lasst euch von irgendjemandem dahin fliegen zum abgabeort oder ihr macht es halt wie ich jetzt hier mit dem oppressor bike ihr seht schon da unten da unten sieht aus der gelbe kreis da muss ich jetzt gleich mit dem fallschirm drin landen das heißt mein spiel der springt immer nach links ab also halte ich mich jetzt auch mal hier so ein bisschen linke hand vom casino ach von der spielhalle und booste jetzt einfach mal und springen dann vom oppressor bike ab jetzt machen wir einfach den fallschirm auf und ihr könnt l1 und r1 gedrückt halten dann könnt ihr auf jeden fall langsamer schweben das ist auf jeden fall habt ihr ein bisschen mehr kontrolle leute macht das auf jeden fall und jetzt müsst ihr da an dem gelben kreis landen einfach einfliegen so zack wir sind da perfekt so die mission ist jetzt abgeschlossen jetzt müssen wir noch eine kleinigkeit machen ja ist abgeschlossen danke sehr gut ihr seht wir haben jetzt die tasche nicht mehr auf dem rücken don't worry leute es geht noch weiter ihr verlasst jetzt einfach mal die spielhalle so jetzt brauchen wir noch mal das oppressor bike alles klar jetzt als nächstes fahrt ihr auf jeden fall mal zu irgendeiner ammunition in eurer nähe ich würde euch empfehlen schon mal richtung strand zu fliegen weil wir da nämlich gleich nachher also nachher hin müssen warum ist die ammunition bei mir ausgegraut mache ich sie gar nicht okay wie gesagt jetzt einmal zur ammunition dort müssen wir uns in kleinigkeit kaufen so da sind wir auch schon dann rennen wir mal eben da rein jetzt geht er einfach nur hier vorne zu dem kerl so steuer kurz rechts ja es hängt jetzt geht hier oben einfach nur einmal auf die fallschirme geht dann runter auf fallschirm rucksack und dort kauft ihr euch dann ich sage euch die nummer sofort den israel rucksack das die nummer 25 bei mir die kauft ihr jetzt einfach nur einmal dass er dieses waffensymbol dahinter erscheint wenn ihr das dann haben solltet schließt ihr das wieder geht dann ins interaktions menü geht dann einmal auf stil und dann auf fallschirm und lasst euch den fallschirm anzeigen so wenn das jetzt dann so aussieht wie bei mir habt ihr es auf jeden fall richtig jetzt können wir schon mal richtung strand fliegen da wie genau wie eben dasselbe ihr braucht jetzt einmal entweder ein oppressor bike oder halt ein helikopter um ein bisschen in die luft zu fliegen und dann den fallschirm also ihr braucht auf jeden fall weil ihr müsst einen fallschirmsprung machen so ganz einfach mein gott ich würde total einfach raspeln ok also hier auf jeden fall schon mal richtung strand weil der maskenladen die brauchen wir gleich auch so ich gehe mir hier ein bisschen auf höhe let's go ich will natürlich nicht dass das repressor bike im wasser land deswegen ich booste jetzt einfach und springe ab so jetzt machen wir den fallschirm auf und landen erstmal ganz normal auf dem boden jetzt einfach erstmal landen und leute achtet bitte darauf ihr dürft jetzt nicht sterben also ein bisschen vorsichtig sein ansonsten müsst ihr nämlich die ganzen schritte nochmal von vorne machen so wir landen jetzt einfach ganz normal hier so jetzt sollte er sich gleich den fallschirm abziehen da seht ihr auch schon wir haben jetzt auch schon die blaue duffelbeck tasche auf dem rücken jetzt müssen wir das ganze nur noch abspeichern wie wir das ganze machen zeige ich euch jetzt ihr braucht dafür den maskenladen das ist eigentlich wie bei allen anderen duffelbeck glitches genau dasselbe wenn ihr das schon kennen solltet dann wisst du auf jeden fall bescheid für die leute die es nicht wissen ich zeige es euch trotzdem mal eben kurz hier ist ja der maskenladen und dem ist jetzt gleich auch aus der luft springen so dass ihr mit dem fallschirm hier runter kommt und dann hier vor eine der sektionen landen also genau hier vor klatschen oder davor klatschen aber wirklich da rein krachen ich zeige euch das ganze mal eben und wenn ihr dann da rein kracht und ihr liegt dann da auf dem boden müsst ihr auf jeden fall die steuerkreuztaste nach rechts spammen um halt in dieses menü zu kommen um euch halt irgendwas zu kaufen und dann könnt ihr das auch wieder auch schon abspeichern so ich gehe mal eben kurz wieder auf höhe wie gesagt der spieler springt immer links vom opressor back up deswegen halte ich mich auch immer so dass linke hand von mir dann auch der maskenladen ist so jetzt einmal boosten und springen ich habe gerade die x-taste so tot gedrückt ich weiß nicht ob das jemand von euch gehört hat ok so hier unten ist jetzt der maskenladen wie gesagt da klatschen wir jetzt vor eine dieser sektionen ich würde euch auch hier empfehlen wieder das mit l1 und r1 zu machen weil ihr da einfach mehr kontrolle habt so jetzt steuerkreuz rechts spammen ihr seht schon es hat funktioniert jetzt kann ich hingehen und auf viereck drücken und das outfit einfach abspeichern nein kann ich doch nicht okay dann war das ein fail oh leute ich mach mal eben kurz ein cut und sag mal bis gleich ja so leute ich musste gerade mitten in der aufnahme mein unternehmen verteidigen so viel glück kann auch nur ich haben ne ok jetzt machen wir auf jeden fall weiter mit dem glitsch wie gesagt ihr seid ja vorhin einmal mit dem fallschirm gelandet jetzt habt ihr den duffelback schon auf dem rücken jetzt geht es sich nur noch ums abspeichern ich mache das jetzt hier mit dem oppressor mk1 bike einmal das geht auch einfach nur boosten und hoch in die luft so jetzt springen wir ab und wie gesagt jetzt am maskenladen landen also wir klatschen jetzt da vor einer dieser sektionen und dann spammen wir wieder die steuerkreuz taste nach rechts sobald der charakter aufsteht so ich mach das immer ganz langsam schön kontrolliert hier vor so rechts bämmen so wenn ihr seid jetzt hier in dem menü jetzt einfach nur viereck und dann könnt ihr das outfit auch hier überschreiben hier blau deadline heißt das bei mir so habt ihr das dann gespeichert seht ihr auf jeden fall der falsche hinten auf dem rücken ist jetzt weg jetzt müsst ihr nur wieder ins interaktionsmenü gehen geht auf stil und wählt das outfit einfach nochmal aus wo ihr gerade die tasche drauf gezogen habt und ihr seht wir haben die tasche auf dem rücken wie gesagt die herangehensweise ist jedes mal das gleiche also ob jetzt die rote die gelbe oder die blaue haben wollte der glitch ist jedes mal der gleiche nur halt eine andere mission das habe ich ja am anfang erklärt ok leute wenn euch das video gefallen hat zeigt es mir bitte mit einem daumen nach oben und einem abo da würde ich mich mega drüber freuen ansonsten gibt es nicht viel zu sagen ich wünsche euch wie immer noch einen schönen tag haut rein machts gut bis bald und ciao heim heim Dann oh Bis zum nächsten Mal.